hallo liebe community und zuschauer ich bin es wieder gematico und herzlich willkommen zu dem neuen 21 von dark souls 3 so sorry war jetzt gerade selbst wissen von mir verwirrt ich mache jetzt gerade bisschen längere aufnahme session habe die nächsten 23 tage frei also zwei tage dann ist ja wochenende da muss ich mal gucken wie ich das die nächsten ob ich das noch schaffe wenigstens meinen kanal bei der wissen um zu ändern besser sagt was dazu zufügen mal die playlist mal ein bisschen durchgehen aber dann muss ich selbst mal sehen wie ich das mache weiße reise genau da bin ich warum fragt euch ganz einfach ich will jetzt mal die untergrund mal durch gucken und das ist der kurze weg ein gegner steht mit mir und ja das ist diese eis fußi na komm alles klar wenn man das noch aufpimpen könnte mal gucken und und toten die und ganz genau ach ja jetzt kommen ja die ganzen ratten wieder jetzt mal alles da unten durchsuchen ich hoffe ich krieg da ein bisschen die schönen sehen ich glaube die welche dann ganz gut verwenden ja Kleine Titanen Scherbe. Alles klar. Na? Der ist da mit mir runterge... Na, ich sag jetzt mal nichts. Na, das gefällt mir hier gar nicht. Ich sag hier, das gefällt mir hier gar nicht. Danke. der steht auch gleich wieder auf doch nicht und die bräuchten schlüssel dafür ok so wir reisen jetzt zum feuerschrein vielleicht schaffe ich es jetzt noch in dieser folge denn ein gegner zu besiegen so erstmal über 20.000 das hört sich schon mal sehr lecker an na wie viel gibt es noch mal 3000 sehr schön warte mal kann ich hier nicht ok jetzt mal gucken was ich verkaufen kann da wird ausrüstung waffen und rüstung das weg muss ich gleich mal gucken das weg das weg das weg 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 was habe ich hier nur angesammelt weg 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 bei reichen. Ashen 1, Ashen 2, Ashen 3. Meine Waffe verstärken. Das riskiere ich nicht. Jo, 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 jo. Hi. So, wir gehen... 2 auf Geschicklichkeit, 1 auf Stärke. Belastbarkeit kriegt auch nochmal 1. Damit... Ich hab doch hier eine Person hergeschickt. Ist sie angekommen? Oder... Nutz sie ohne. Okay. Okay. Wir werden jetzt... Den scheiß Ritter nochmal versuchen. Mal gucken, wie es wird. Lutzet sich ein, bevor ich da reingehe. Und ja. Wir haben unsere Waffen gestärkt. Mal gucken, wie es wird. So, ich warte, bis die 2 demnigen Ritter davor stimmen und sich selbst fast töten. Ich bin nicht da. Geht. Geht mit Gott, aber geht. Wie ist mein Status überhaupt? Ich glaube, ich kann mich jetzt rausfragen. Ich glaube, ich hoffe. Okay. Okay. Wie ist mein Adelt. Okay. Okay. Amnita. Versuch macht klug. Man, heller in the mines. Alles klar. Ja, alle auf mich. Nein. Nein, ich will jetzt hier nicht sterben. Alter. Okay. Ja, wir kennen das Spiel. Das wird jetzt für mich ein Scheißkampf, weiß ich jetzt schon. Ah. 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 Ja. Ich habe zu viel Heiltränke am Anfang verschwendet. Ein Versuch. Ja, eine Glute habe ich noch. Ein Versuch. Los geht's. Alter. Alter. Hmm. kann ich ok ja 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 Hinzerschwert! Hinzerschwert! Behalten! 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 Letzter Versuch! Krap! Wart! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, ey. Ja, ich kann hier nichts. Ja. Alter, der ist so nervig. Ja, da denkt man, man kommt an den Sack ran. Nein. Ja. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja. Ja. Gut, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Game of the Co. Ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hat, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Charlie kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ganz herzlich will. Schaut da mal rein. In dem Sinne. Zock gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.